Oh ja, Outback! Und Bereich Sichern ist auch zurück. Fällt nur nach Geisel. Naja, nächste Partie dann. Aber erst einmal, hallo der Salz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich bin aber kein Bäcker. Du bist eine Bäckerin. Wir haben ein Spieler verloren. Eine Bäckersfrau. Bäh. Oh schade, der Jäger hat schon einen Termin. Kann jetzt leider nicht mitspielen. Okay. Das Stacheldraht-Aufrollgerät ist auch rund. Kann man auch werfen. Jetzt geht ein Gegner. Platziere mein böses Auge. Luftverdichtung kalibrieren. Bereit. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Das ist ein Stacheldraht. Tappst jemand da auf dem Dach. Die haben Glass. Was ist doch Glass? Markiert aber nicht identifiziert. Was jetzt? Die haben Glass? Ja. Glass haben sie. Der wurde aber bloß markiert statt identifiziert. Haben die Glass? Oh, die haben Glass. Ah, hier ist schon jemand drin. Fenster, Außenfenster, Ibarna. Ach nee. Neben unserem Bereich. Ach dir, Zenia. Ich bin auch schon tot. Schönen Dank auch. Na, na. Die Bana ist jetzt... Rot markiert. Hände zum Bullen. Guck, die Tür Bulle. Kommt wieder zurück. Hm. Er ist auch mit der Bearing. Wie viel frisst sie denn, Alter? Mission des eigenen Trupps gescheitert. Bio-Gefahrgutbehälter von Gegnern gesichert. Klingt ja gut an. Schlafseiten wir schon lange nicht mehr. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. HVS, Platz 4, Reiseuferheit. Der Raum ist verstärkt! Die Gäste haben den Bio-Gefahrgutbehälter logisiert. Ja, ich bin ja schon weg, sehr gut. Ist hier reingeschossen, kommt die Drohne. Noch einer. Drei Drohnen weg. Ich hab auf einen. Dann ist noch einer unterwegs. Maximal. Ah, Tachanka, du Arschloch. Er hat mein Autogramm zerstört, ey. Dummes Gesicht. Mein Autogramm zerstört, ey. So ein dummes Gesicht, ey. Iana haben sie. Iana vorm Fenster schon gewesen. Hat er dich getötet, oder was? Naja, das Fotogramm musste ich nochmal hin. Und genau, in dem Moment hat Iana vorm Fenster bestanden. Jetzt wäre ich schon weg gewesen. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Ah, der Grüt ist schon drin. Toll. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Okay. Tachanka macht Hologrammen kaputt. Tachanka setzt den Geschütz. Stellt den Geschütz für Gegner hin. Am 18. Also gambás haben wir dort eine gewert від разг 난. Wirkliche HMO. Damit haben wir uns einen Christspunnen für einen Plan. Los Angeles wird unfsteht und aufziehen. Tach Gamma Protect, Koal hatte. Turиваем. T ז speakers Gadsantiед. äh nein boah, zu spät geklickt jetzt habe ich eine Claymore dabei, so ein Dreck äh, Büro hier hat schon eine Kamera, Frau Kamera nee, es war Ella was hingeworfen sehr schön, der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde totalisiert gab es Frau Homsen ah, Kirchenmann ist der letzte Einsatz in 10 Sekunden 5 Sekunden bis Einsatz Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert weiter zu seiner Position na, Westmann oben draußen, Serafina oben das Fenster er hat einen Treffer bekommen ja, danke Krappschfrau ist in der Dusche die Banner wird geklöpscht ja, Abteil nein Mann, Alter der stirbt einer vom eigenen Druck verbleibt eigener Druck neutralisiert das ist doch nicht normal scheiße, in unter 10 Minuten die Partie vorbei ich bin gleich wieder da ja, er wusste genau, wo er ist, ist klar vielleicht war es noch markiert durch die Grabschung aber da war nicht und da war nicht also die 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 Tachanka verletzt sich bloß wieder mit der Granate anstatt zu killen das ist zum Kotzen Bist du wieder da Serafina? Jaja Gut Wenn nicht, hätte ich das nehmen müssen, was übrig bleibt Clash An die nicht unbedingt Hätte hinkommen können, Verteidiger Hätte, hätte Fahrradkette Die Bomben sichern Standort der Bombe in Gefahr entsprechend planen Die Gegner haben eine Funkenlucker in sich Die haben eine Funkenlucker in sich Die haben eine Funkenlucker in sich Die haben eine Funkenlucker in sich Zugangssperre angebracht Sollen sie nur kommen Es bleiben noch 10 Sekunden Böses Auge platziert Zugangssperre scharf gemacht Nur noch 5 Sekunden Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Wände wurden befestigt Oh was Scheiße Ich setze den Wände frei Sicherheitsabstand halten Uah 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 Serafina ist da unten Eine Wand Uah Okay Ich leider nicht Meine zwei Wände sind schon verbraucht Die haben noch Bei die Hauke Gerrit haben sie auch in die Bahne. Ja, no. Ah, Mist, da war was. Jana ist tot. Okay, die Bahne macht neuen Kram auf. Alles kaputt. Kein weiteres Loch. Ich kann jetzt nicht mehr offensiv sein. Ich muss zurück. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Schlagzentro eingesetzt. Rütt hat nicht ihr LMG dabei. Na, du Arsch. Jetzt geh erste Kamera raus. Studierzimmer ist einer. Ibaner. Liegt da rum. Nein, liegt da einfach nur rum, lebend. Ich krabsch mal. Gut. Faktisch, die Ring schon tot. Ach, draußen noch so viel. Beide unten. 30 Sekunden, das war jetzt sehr sportlich für die. Also die Bahne hat gefressen, aber ordentlich. Ich bewach B. Nur noch 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Nur noch Sophia Balkon. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Das war ein Kegelknot, du Sau. Tja, du hast mal rausgerannt. Schlag verletzt da rum. Also Katja hat Jana vorhin nicht in die eine Ecke geguckt, wo ich hockte. Ach, Jana war das? Ich hab da nur sowas verschwinden sehen. Da dachte ich, das wäre Nock gewesen. Die hat ihren Kram angemacht. Nee, 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 das war Jana. Okay. Der Bug muss auch schon, der war auch schon so down, ich hab dem einen Schuss verpasst. Er war sofort tot. Gut, hab ich gekrapscht. Die Musik überlebt aber lange. Ich glaube, die ist gut. Sie lebt weiter. Die Musik. Scheiße, ich hab dich nicht angebracht. Schockdrohne haben sie hier, schreibt niemand. Bitte ich auch drum. Ich bin sogar einsatzbereit. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich bin sogar einsatzbereit. Ich bin so aktiviert. Fim zu verlassen. Fenster, Kellertreppe an der Küche, ist aufgehoben. Die Banner macht gelb auf. Vorsicht Küchentür aus Serafina. Die Grit vor der Küchentür, Sophia haben sie auch. IQ, Grit, Sophia, IBANA, die 4. Was? Was? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Die überlebten Shotgun-Schuss, Alter. IQ ist 5x4 oder so. Weißt du, was du umgebracht hast, Tocke? Letzter verbleibender Gegner. Ich setze den Sensor ein. Sophia, ne? Äh, kommt Südwesten bei A. Ja. Zumindest ist da grad was... Ne, nicht da. Ja, ich mach ja bloß zu. Wollte bloß gucken, ob jemand... Ja. Na, da ist der Stock gerade rausgekommen. Ich weiß nicht, wie IQ das überleben konnte. Nur weil wahrscheinlich eins von den Schrotkugeln in ein Türrahmen ging. Na, 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 na. Na, na, na. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Bibliothek sauber, ich guck Küche Da wo wir waren gerade Okay, Küche Nordasten Visionen localisiert War hier gerade ein Windschelrauschen Klappschi Klappschrauschen Oh, Vira und, ja Oh, das ist doch kein Windschelrauschen Wer weiß, was du wieder hörst Stimmt, denn fliegt du da verzogen Die Flöhe husten Rückserbar, bevor er Okay, wasch dich doch mal Du ist Flöhe Er hört jetzt die Geräute von anderen Oh, das war knapp Jetzt stehen wir auf der Stelle, oder alle? Boah, hier wird teleportiert Ich hatte gerade eben einen 3000er Ping Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn? Wo bin ich denn hin? Ich war gerade auf deine Füße schießen Meine! Ne, auf MG sein Durch die Tür Hier steht ein T-Kännchen Hui Smoke Einmal Smoke-Granate Äh Mit rein, geht er, ist weg Sprengbereich räumen Toll, wenn jetzt die Grabschaden kommt Also ich stehe jetzt wieder an der Außentür Bitte nicht schießen Vielen Dank Er ist jetzt schon wieder gestorben Er ist verletzt Grabschi, Grabsch Ach toll Was? Von Was? Wo denn? Von da Oh Leidemagazin Mira war rechts von dir Am Fenster Der Vision noch an der Anpacken gehabt Ja, aber neben dir rechts ist ein Fenster direkt Links jetzt Ja, ich hab's Ich versuch den Entschärfe zu holen Links, 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 links im Gang Links im Gang Ah da, hallo Links im Gang Ich? Achso Machen wir uns sagen Ich würde das ganze Zeit Seraphina beraten Ich hab nichts beraten Hier ist die Treppe runter Okay, was gab's schon? Keine Ahnung Hab bloß was zu bewegen sehen Ich muss jetzt langsam mal rein, wa? 45 Es folgt mir immer Gut 30 Sekunden Du musst in die Küche? Ich wollte einen Entschärfer Ich werde den Deck nicht gut Scheiße Ich muss den Stachel ziehen Ja, ich bin schon tot Wer hab ich denn da jetzt noch getötet hinter der Wand? Eigener Trupp wurde eliminiert Ich bin dann wieder Hauptsache tot Und jetzt muss ich Ich glaub, er hat das ja vorher schon Naja Und die anderen meinen sind später noch Oder zumindest Wir sind nur noch zu viert So ein Löffel Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen Wohnzimmer Na, kein Malerfrau Freitag durften wir sogar zu zweit gegen fünf spielen Mozi, Mozi, Mozi Mozi? Mozi Eine Kamera hat er schon Kappschraub, Bibliothek und Wohnzimmer Na, Revolver, Revolver, Revolver Er muss gleich nachladen Ja, es freut mich, wenn er jetzt nicht trifft Den letzten Schuss Ne, das war die MP5 Äh, was auch war Stehen sieht man das Brauche, du hast zu viel Grappsch-Tante gespielt, jetzt nehmen die die auch Was? Du hast zu viel Grappsch-Tante gespielt, jetzt nehmen die die auch Nachladen Hier schwebt ein Magazin Bitte mitnehmen Für welches Wäffchen denn? Universal Jetzt ist es weg Oh, da hat der Jäger sich versteckt, wie so C4 einmal weniger Grappsch-Tante gespielt hat Ja, da hat der Jäger sich versteckt, wie so Ja, da hat der Jäger sich versteckt Okay Einer ist Studierzimmer über mir, womöglich Gabsch-Rau Oh, hier ist Mozi-Kram Ist das eine Mozi-Drohne? Hm Hier ist Mozi- Ne, das ist meine Drohne hier Okay Aber hier unter dem 1,40 Oh, hier an der Tür ist Mozi-Kram, da komme ich nicht Eine Mozi-Drohne, scheiß Dreck Tür wo? Von deiner Seite aus? Bei mir, ja, bei mir Ach da, nee Was? Was, nein, hier ist keiner Ich habe hier bloß bei der Ach, an der Tür Zum Reinfahren Ja, tolle Wurst Wer ist bei dir, Serafina, bitte? Kamerafrau Die hat die C4 verballert Der Entschärfe ist nicht Oh, von hinten, Kramfrau, bei mir Was? Nein, das warst du Naja, immerhin nicht gegrapscht Allergutendin ist ein 3-Hawker Nicht Hier ist immer noch eine Klappe Ja, ich sehe es Die hat gerade geschmissen, ihren Scheiß Na, wo hat sie jetzt die eine? Na toll, klar, hier ist die Kamera Die sind zur Zweite an dem Entschärfer Grabschur kommst du dir, grabschur Oh, komm Ich bin schon verletzt, die grabsch jetzt Macht mir der letzte Ein Vierhaut. Als Seraphina mich umgewacht hat, das war ja okay, aber Hauptsache, man wird nicht gegrapscht. Ja, Seraphina hat ja eigentlich vorhin bloß ein bisschen hergeschießen. Ja, ich wollte auch... Ich hab gehofft, ich treff sie schnell, weil rechts hat schon wieder die... Ich hab nur eine Wand gesehen, und du sagst, zieh durch! Ja, aber doch nicht direkt auf mich, einfach... Ich hab dich ja nicht mal liegen gesehen! Du musst mich doch sehen. Silhouette. Da gucke ich ja auch drauf, wenn ich beschossen werde, weißt du? Fahr doch direkt vor dir. Da war eine Wand zwischen uns. Ja, und? Aber wenn man liegt, dann... Das HOD kann man noch nicht ausblenden, also, bitte. Ja, dann war ich ja ein bisschen blind auf der Muschel, tut mir ja leid. Ich muss eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspülen. Brille putzen wird auch nicht passiert. Bibliothek ist sauber. Ich hätte jetzt mal eine aufsetzen sollen. Ich hab eine auf gehabt, aber sie war nicht geputzt. Die Brille hat auch sauber. Ja, okay. Alibi. Die Drohne hat eine Bombe bekommen. Mira. Grabsfrau. Die blöde Kamerafrau kam halt direkt bei der Grabschung von Hockey. Da wollte ich da noch schnell rüberziehen. Die Kamerafrau hat jetzt zu vier an mir verdünnet, aber... Zehn Sekunden. Oh, vier gegen vier ist nett. Ah, hallo Grabsfrau. Zehn Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Wer macht denn da unten auf? Hawkeye, du? Ne, ist Schakal. Da ist ja auch Hawkeye. Ich komm bei der Außentür rein, Hawkeye. Guck, du schritt jetzt schon was zu. Gut, ich geh mal ein Stück vor, dann kannst du hinten lang. Ich geh mal ins Klavierzimmer. Einer ist über uns, gell, wabhängen. Grabsfrau hab ich. Ja, Gott sei Dank. Esche sitzt mit vor mir. Ich geh mal weiter, Richtung Gang. Zur Küchenbombe. Clash an. Jetzt kommt die euch wieder her. Clash, okay. Ja, die ist vor mir, gelber Ping. Bin ich nicht. Clash ist links. Aua, was? Ah, die soll mal weiter vorkommen. Hast du eine Splitte? Ne, Bug hat er das ja gar nicht mehr. Deswegen, ja. Hab sie gefilte, Pinkert. Was? Ach, links von ihr ist die Papa auf dem Alibi. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Oder Wurst. Keine Drohnen mehr. Jetzt weißt du, wo ich bin. Ich krieg dich doch nicht so viel. Ich? Nee. 35 noch. Vorsicht, Alibi war links, Serefina. Links Holz offen. Ja, ich seh das Loch. Ja, links, aber neben dem Türrahmen. 20. Einer vom eigenen Druck verbleibt. Hasse sie. 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich werde sie entschärfen. Eigener Druck neutral. Das wär's gewesen. Hasse Clash. Hasse sie. Spiel sie mal. Nee. Aber immerhin war es gegen Ende fair. Es waren 4 zu 4. Es war nicht verkehrt, aber der Ausgang war nicht richtig. Vielleicht wird's aber schon bei der nächsten Partie besser. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.